Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Jacket Alliance 3. Wir sind ja auf dem letzten Weg, irgendwas zu reißen. Und... Und wollen jetzt mal Ilde Morat erobern. Den Ein-Außenposten mit der nächsten Mine. Abmarsch. Und das kämpfen wir auch aus, haben wir, wir haben... Louis Delette, okay. Zwei Scharfschützen, Banditen und ein Marodeur-Veteranen, okay. Pusten wir alle weg. Nebel. Warum, Herr? Bist du Angst, der Schmerz? M-m-m. Hell no, it's just... um, these fucking mosquitoes. What do you feed them to get them to grow this big? They say they breed on the bodies of the beast victims, mister. Bäh! Of course that is just some silly superstition. Of course it is! You idiots believe in all kinds of bullshit. Now stop blabbering and do your fucking job! Yeah, we have... ...stuff to do! Okay? Okay. Lijong... Lijong... Lijong ist ein klein wenig, ähm... ...verängstigt. Endlich cool, hier oben zu starten. Okay. Machen wir mal. Yes? Fast. Einsatz. At least one dumbass spotted. Da können wir vielleicht Flay nehmen. Na? Da ist auch noch Riete. Halsschlag. Ach, es verfehlt. Wie kann man da verfehlen? Du hast dich reingeschlichen. Okay. Wir hatten schön angehackt. Und du kommst nicht ran. Kannst den wegpusten? Zu wenig AP, ne? Oder okay. Okay. Kopfschlag auf den Körper. 15, jup, danke. Überwachst mal. Ihr sprintet mal alle. Was ist das Wort? Keine Mühe. Ich habe keinen guten Schuss. Das war nichts. Oh, da ist ein Scharfschütze. Okay. Da sieht nichts. Trifft auch nichts. Na komm, Kalina. Du kannst mal schön sprinten. Entstanden. Ja? Dann geht mal hier hin. Überwachst. Steroid möchte ich, ähm, hier haben. Oh, gute alte Mausi Maus. Foxy Maus. Fox mal. Hüpf und hoch. Kannst du noch einmal einen mobilen Schuss machen? BAM! Man hat sie ihn weggepustet. Komm. Nochmal einen kritischen Treffer. Schwerverletzt und Blutung. Alter, ihr musst jetzt doch eigentlich wegruppen. Wir geben ab. Und das war's. Und das war's. Wann, Mann. Geht's zu den Zombien! So, Kalina soll mal da hin. Wawen hier. Wawen hier. Wawen hier. Wawen hier. Wawen hier. Wawen hier. Kannst du mal versuchen, den Typen abzufackeln. Schaffst du nicht. Kannst du runterzielen, schaffst du auch nicht. Dann gehen wir mal ab. Die kommen, das ist gut, dass die da unten stehen. Schauen wir mal an. Der Chefboss kommt. Der macht Überwachung, okay. Ich sollte rausarbeiten. Ja? Wollt ihr was? Was ist das Wort? Wollt ihr was? Was ist das Wort? Wollt ihr was? Was ist das Wort? Wollt ihr mal hier hin? Keine Munition für den RPG. Das ist natürlich doof. Dann ist der Herr dran. Tun wir mal den Gefallen. Und tun wir den Gefallen nochmal. Und du kannst ihn einfach mal versuchen, in den Körper zu schießen. Danke. Dann machst du dich klein. Und machst dich noch kleiner. Passt. ready. Da könntest du ihn sehen. Mach das, gehen wir einfach mal. Dann gehen wir zurück. Dann auch gestreift. Dann streife ich nochmal. stelle sich mal hierhin kannst du schießen eine flashbang. flashbang geht immer hier haben wir das daten den wir abgeknallt haben kannst du das feuerchen schmeißen du musst dich erst bewegen okay wirklich mal hier man setzt immer in flammen sehr schön sie ist kein schritt vor dass ich jemanden sogar zwei die überwachen kannst wo ist grant ist hier werden soll man hier hinlaufen er kann versuchen beide abzufackeln das war nichts natürlich so runde auch noch mal probieren carlina will ich hier haben kann nächste runde schießen will ich hier haben die kann nächste runde schießen ich bin hier passt wir geben ab sehr schön die schnellere flexe das war sehr gut dass wir die haben und dann sind wir gestriffen aber nicht schlimm das war der mit maschinengewehr hat er auch noch unterdrückt noch ein schreifschuss ok kriegt ein bisschen auf den sack das ist das scharfschütze ok so carlina du haust mal bitte auf ihn danke so du gehst in deckung und vertüdelst dich gönnt 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 du schmeißt mal noch einmal hier was zum brennen und einmal hier was zum brennen danke jetzt bist du in deckung wachst du dich mal hin legst du dich hier hin und pustest den typen weg meinen Kopfschuss bitte ein gestreifter Kopfschuss besser ist gar nichts ich gehe hier hin komm, gib ein saures danke so 1,2,3,4, wie viel haben wir hier noch 1,2,3,6 wir sehen auch noch nicht alle Veteranen Marodüre sind 3 wir geben mal ab ok ok da haben wir schon 2 schön auf dem Haufen schön auf dem Haufen 4 erschießt nochmal 2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 fangen sie mal ab zu Bozek ja das ist eine scheiß Position das war nix vorm schieß einfach mal vorm schieß nochmal ich schieß zurück vorm schieß mal Streifschuss ok na mach mal so Kalina kannst du mal versuchen hier zu bewegen in der nächsten Runde vielleicht den Sniper zu erwischen geht man ab da kommt nochmal einer 3 ah gut getroffen wer kommt ran kommt auch ran genauer Messer kann ich messern er ist verblutet ok ist das schön der andere ist gesund ok kein lieb hau mal den Sniper weg komm Körperschuss schöner Streifschuss ist in Ordnung nehm ich hier hier das drüben kann sie mit drauf halten so ich will dass du Messer hast kannst du nicht überwache nochmal ja grösli zeig ihm schön zeig ihm nochmal mal da war nix was du gehst mal hier hin pusten weg danke maus maus schieß einfach mal maus schöner treffer maus wir geben nochmal ab gut das war jetzt nix komm ich diesmal aufm Oberkörper schieß einfach schieß einfach maus du hast gar keine Munition mehr ok danke maus eintreffer combo jack da dürfte es nur noch einer sein eine eine marodeur marodeur vateran ok dreimal runter was ist das ich sollte arbeiten ich gehe dann soll ich mal hier die Stelle und gucken geben ab geben nochmal ab nicht nein ich bin gut ich bin ich bin ich bin hier ich bin hier ich bin Na, Flay. Kommst du jetzt ran? Kommst du hier mit deinem Hackelmesser ran? Komm. Danke. Stay right. Du hast wunderbar eingenommen. So. Haben wir alle da? Alle da. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Können wir Teile plündern? Aktivieren. Technisch erfolgreich. Nun ist ein heißen starker Projektor, den Kabel mit Stromnetz verbindet. Kein heißen Schäferin, aber lassen sich leicht verbinden. Danke, weil Licht einzuschalten hat keinen Sinn. Okay. Ein Hügel. Eine schrecklich Statue über das Dorf. Okay. Dann wollte er auch deinen Mannachs nachher anschalten. Was sagt der Dorfbewohner? Okay. Ein paar Bauteile. Wir machen ihm das Boot kaputt. Das Biest. Diamanten, okay. Kann man verkaufen. Wahres Gerät. Hacken wir. Okay. Technik-Check. Technik-Technik-Technik-Technik-Technik. Blatt der Bastler. Nochmal Altmaterial. Okay. Nehmen wir gerne. So, Stairwood. Versuch mal die Falle. Sehr schön. Sehr schön. Dann hacken wir mal das Gerät. Weisheit-Check. Weisheit. Weisheit hatten wir, glaube ich, hier bei... Kommen wir mal hier. Eisbrett ist die feinste Chaos auf Pläne und Formeln. Noch sollte er untersuchen. Veranzieht sich das als generisches Geschick. Okay. Reden wir mit ihm? Okay. Blatt. Bisschen schlauer. Das haben sie uns gesagt. Wir haben ja... Irgendwas... Ne, Check. Äh... Verlangt noch ranzukommen. Gesundheit. Gesundheit-Check. Wer hat die beste Gesundheit? Das war das der Heute. Das ist irgendwas Tolles im Keller. Gut, wir haben Diamanten ausgeholt. Gut. Gut. So, sie möchte in den verfluchten Wald, da das Biest irgendwo rumrennt. Okay. Kalina ist da. Goodbye. Bisschen Geld erhalten. So. Let's move. Okay, hier ist auch vorbei. Mal hier. Schwarzpulver. Schwarzpulver hinzugefügt. Copy that. Gut, ne reden wir einmal mit dem Flally. Okay. Das bleibt der Bastler. Wo bist du? Den machen wir mit dir. Das Biest ist eine Sie? Aren't they all? In mehr Wagen als einer. Aber einige von uns sind süß und foxy kleine Bieste. Ach. Oh, well. Bieste können manchmal auch lieblich sein. In der Fall dieser bestimmten Bieste, manchmal, das wird manchmal zu lange geliefert. Okay. Können wir nicht gegen die Liedschung kämpfen? Okay. Bereitet euch hier die jungen Schwierigkeiten? Haben wir eigentlich schon beantwortet? Ah, mich? Nein, nein. Aber sie haben alle jungen Menschen und forstet sie, um die Diamonds in Belleau über den Rhein. Ich und meine Ex-Win. Wir haben keine Kinder, aber die anderen tun. Und sie sind schuldig. Okay. Kann er nicht das Biest Belleau befreien? Well, sie kann ziemlich schmerzen in den Arsch. Von allen Menschen, die ich es weiß, aber sie konnte nicht einen Job wie das alleine. Aha. Na, dann machen wir das. Really? Kannst du? Kann der Lied fliegen? Kann die Hörer lachen? Kann der Kanner? Kann? Natürlich können wir. Du kannst dir einfach ein Ort sicher sein. Hurricane Norma ist in der Stadt gekommen. Schau, wenn du in der Liedschung ich denke, ich kann ein paar Unexpected Reinforcements für dich? Okay. Alles klar. Bist du ein Ingenieur? Nicht wie ein Inventor. Ich liebe es, zu füllen mit Gadgets bis ich sie funktionieren. Und manchmal kann der Result überraschend sein. Aber das ist die beste Sache. Du weißt, wenn du mir ein paar Teile kann ich etwas für dich schaffen. Ich versuche, es wird etwas, das funktioniert. und ich weiß, ich kann mich sagen, ich kann mir immer dass ich mich nutze. Gut, das ist gut, passen wir uns was? Sieh, look, I attache few plates to this leather jacket. It will provide some decent protection. Geil. Also, there is a drink of the army's belly. So you have a place to put your coffee and killing people. Oh man. I don't know what pills you're on, but I want some too. Oh, so you can fix coffee holders. The one on my home computer is broken. I don't know what to do to fix it. The coffee holder on your computer? Yes, but it doesn't attract anymore when I press the button. Yeah. Oh, you got it. Oh, when you take a light helmet as a base and weld additional armor here and there. This thing is lit. Folks, a Burning Man would love it. This thing looks like it could stop a rocket. Maybe even a nuke. Chromhelm? Okay. Hmm. This happens every now and again. I slap some random parts together and out pops an AK-47. Hahaha. Ah, this was supposed to be a plasma gun. But apparently I can only work in a vacuum. Anyway, but it could still be useful as a crowbar. I love it. It is just like a Stormtrooper Blaster. Can't hit anything in distance. Okay. Let's go. Let's go. There you go. It's a bit ugly. But it's still a very functional machete. You see? It can slice through two bad guys in one swipe and still cut a tomato. Hmm. Okay, an AK. Okay, das macht er nur noch AKs. Okay. Wir haben alle spannenden Teile gekriegt. Bye. Das Biest. Das Biest. Menschenwallen. Oh, das kriegen wir hin. Milizausbildung und Co. Können wir gerne machen. Ähm, wir machen, ähm, Milizausbildung. Oh, das ist ein Krankenhaus. Das ist gut. Besten Milizer. Starten. Dann machen wir mal Verletzungen behandeln. Passt. Bestanden. Dann machen wir Gegenstände reparieren. Passt. Für Maus. Äh, dann PSG. Mausknare. Wo ist Maus? Das ist ein bisschen schrecklich. Nicht in einem schlechten Weg, aber nur in einem normalen Weg. Schönen. Na ja, Kanaten kriegst du auch. So, Foxy Love. Jetzt kriegst du noch die beiden Sendkarts-Granaten. So, zweiter Trupp. Boah, was ein geiler Helm. Geil. Der passt am besten zu dir. Verschießen dann im perfekten Plasmagestoff-Funktion. Ansonsten wieder eine Brechstange. Es ist aber richtig lösser. Und Türen. Geil. Ähm, das drücken wir aber mal Steroid in der Hand. Und Flay kriegt die... Das Ding. Das Ding ist eine Sonderwaffe. Die behalten wir natürlich. Geschäfte-Machete, die verschrotten war. Kriegt Flay. Hä, wie geil. Kevlar-Weste. Äh, ja, komm. Schrotten wir? So, Maustier. Was für Munition hast du denn in deiner Knarre? Weil du hast... 7.62 NATO. 7.62 NATO. Haben wir hier noch? 7.62 NATO. NATO-Standard aufteilen. Den anderen Trupp. Kannst du erst mal nachladen. Und dann machen wir ein bisschen Munition für dich. Hm. Das kann Gönnt machen. Wir brauchen... NATO... 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 7.62 5.56 Match. Müssen wir jetzt hier mal NATO-Panzer brechen. NATO-Hohlspitz. Das möchte ich gerne haben. Nato... Nato... Passt. Stand. Lassen wir alle laufen. Jo, wir müssen weiter ausbüllen. Das ist ein Armee-Trupp. Okay. Weiter ausbüllen. Was? Weiter ausbüllen. Das ist nicht einfach für die Braven. So, Elimorad hat seine Milizen. Dann gehen wir mal noch auf Notizen. Wir befreien die Leute, vergessen das Grab. So, genau. Das müssen wir auch noch machen. Dann nehmen wir das Aktiv fest. Könnte hier sein, könnte da sein, könnte hier sein. So viele Gebiete gibt es da nicht. Das können wir auch relativ schnell schaffen. Da haben wir jetzt einen Angriffstrupp. Pass. Tellwire müsste das überleben. So, und der soll das Brecheisen kriegen. Das ist das Brecheisen, kriegst du heute. Klack. Passt. So. 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 Das ist hier die NATO-Leuchtspur. NATO-Match. Teilen wir mal auf. Echo-Trupp. Okay. Und NATO-Pulspitze. Teilen wir auch auf. Echo-Trupp kriegt auch die Hälfte. Passt. Ist nachgeladen. Ist nachgeladen. Slap. Passt. Nachgeladen. Da brauchen wir wirklich eine Grenade. Haben wir nichts. Okay. Das ist doof. Nachladen. Oder schießt alle 7,62. Ja, das ist das Problem. Okay. Können wir deine Waffen nochmal modifizieren. Passt. Dann machen wir noch eine Optik drauf. Dann wird dort. Kein Hausmaß. Passt. Dafür haben wir es ja. Nehmen wir auch eine Zweitwaffe. Das müssen wir auch mal modifizieren. So. Wir brauchen... Ähm... Ähm... Biologungsangriffe. Verbesserte Verlässlichkeit. Waffe zu wechseln. Waffe zu wechseln ist gratis. Das gefällt mir. Passt auch. Und der Eisaktion Eingriff ist nicht durch Überwachung. Machen wir auch ran. Und wir kriegen... Und wir kriegen... Das wechselnde Waffe können wir noch reinbauen. Passt schon. Okay. Und dann bewegen wir uns... Und... Lassen wir laufen. Wir den Angriff... Einmal sehen. Automatisch. Wir haben keine Miliz verloren. Dann gehen wir mit unserem Trupp rüber. Dann haben wir den Saison. Den Sapeur. Schwere Soldat. Schocksoldat. Speer. Und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Liebe Blu-Garn-Charlattal.